Musik Wir wollen einen Schwerpunkt setzen. Wir sind Geschäftsführer von Human Business Management Werkzeug und wir haben uns gedacht, dass wir zuerst eine ganze Portion gemacht haben. Wie kann ich die Mitarbeiter halten? Es ist ganz, ganz wichtig für uns. Und über diesen Weg dann wieder Motivation auf die Mannschaft zu erreichen. Drei Dinge sind mir so jetzt wichtig, dass wir da einfach hier hereinschleudern. Warum sollten wir schauen, wohin bewegen wir uns? Das Einsatzgebiet ist durchaus in jeder Abteilung eines Unternehmens vorstellbar. Umgekehrt gefragt, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es wo nicht einsetzbar ist. Ich finde es ein sehr modernes Tool, das sehr gut zu modernen IT-geleiteten Steuertools passt. Also mir gefällt dieses Produkt extrem. Es ist optisch sehr ansprechend. Du kriegst sofort ein Feedback. Die Führungskraft kriegt sofort ein Feedback. Man muss nicht Fragebögen austeilen, die dann irgendwann wieder zurückgegeben werden müssen, wo dann auch nicht alle wieder antworten. Du weißt sofort, wie viele haben geantwortet, wie haben sie geantwortet. Es ist optisch sehr ansprechend. Und dass es wirklich ein aktives Tool ist, mit dem wir in Zukunft arbeiten. Höhere Mitarbeiterbindung. Wirklich stolz zu sein auf das Unternehmen, dass ich dabei bin. Wir haben uns jetzt auch für den Top-Arbeitgeber angemeldet. Das hätten wir vielleicht vor einem Jahr noch nicht machen können. Der Punkt ist einfach der, dass egal in welcher Form man integrieren möchte, ob jetzt Mitarbeiter in ein Unternehmen, in eine Kultur, in eine Struktur, in eine Strategie, es eigentlich immer damit anfängt, dass durch Kommunikation Information zu den Personen gelangt. Und wenn das in einer Art und Weise passiert, die erstens mal gerecht ist, also zielgruppengerecht ist und zweitens eigentlich auch auf den Punkt kriegt, erhält man eigentlich auch als Unternehmensführung genau die Informationen, die man eigentlich braucht, um das Beste daraus zu machen. Wenn man über die nächste Geschichte diskutiert ist, diskutieren, das ist weiter schlecht. Und, das sagt man, ich habe immer sich dann in dennoch formalisiert. Und. Wenn. 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 Vielen Dank.